hallo und herzlich willkommen zu mittelerde schatten des krieges so heißen die pisse was haben wir da gekriegt stufe 10 friere einen hauptmann ein 100 prozent erhöht 19 prozent weniger schaden durch fernkampf angriffe da ist gut das ist gut okay ich möchte ihn gerne weg machen könnten wir auch dann haben wir hier ruhe vielleicht der ist noch unbekannt egal schnappen wir uns hin oder denn 7 sollte machbar sein oder ein schandfleckermorizont der hexenkönig wird das richten das 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 Panische Angst vor Schleichangröfen. Entsetzt. Jetzt haben wir dich. Hab ich gemacht, ja. Ich weiß nicht was das war. Ich hab halb gerade auf. Ich sag es dir, ich hab ihn gesehen. Es war der Gartenwandler. Ich weiß nicht was das war. Ich hab halb gerade auf. Was ist er denn? Leichtes Ziel. Hinrichtung. Okay. Ich war da, weißt du. Ich sah das Gesicht deines Sohnemanns als wir ihn aufschlitzten. Ich hörte die Panik in der Stimme deiner Frau bevor sie verblutet. Und jetzt beende ich das, was am schwarzen Tor begann. Kein Wunder, dass wir uns besiegt haben. Krass. Oh nein. Der hier wollte unentdeckt bleiben. Hoho. Schön. Nehmen wir. Einer von Mordor aus Meuchlern. Es werden mehr kommen. Einer von Mordor aus Meuchlern. 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 Einer von Meuchlern. Einer von Mordor aus Meuchlern. Oh meinst du? Z��chst du? Jetzt. Du hast Du gefällt uns. Was zu weit wie das? du hast wirklich alle meine geheimnisse entdeckt und jetzt nimmst du sie mit ins graben Alter, wo seid ihr denn, Alter? Alter, ist nett von dir, Junge alles klar, danke dir er zöhnt durch einfach alles ich glaub du hast ihn verängstigt entschuldige die Ablenkung weg mit dir schade, der Typ, der mich gerettet hat, der ist weg echt jetzt echt jetzt nimm dich da schade 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 Aha. Mhm. Nicht nötig. Ich kenne das Herz meiner Leute. Ich weiß, was sie sagen. Er kennt das Herz seiner Leute. Äh, super. Terrorisieren. Halte R2 und 3 gedrückt, um eine Furcht entflüssende Selbst Schleichtötung auszuführen. Komm. Ich habe gerade irgendwo gesehen, für irgendwas bräuchte ich das. Jetzt verfügbar. Aha. Cool. Das hier. Yo. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Oh. Dann lass mal gucken. Als er in Mordor einmarschierte, wusste, Zillerinboe, dass man Orks am besten auf Linie hält, indem man an den stolzesten von ihnen ein Exempel statuiert. Gedenke dieser Technik, indem du einen Hauptmann terrorisierst. Okay. In jener Zeit waren unsere Sieger auf dem Schlachtfeld mannigfaltig. Mordor stand uns offen. Woher. Mit ihr? Was ist das? Ich hab mich nicht an den Ich hab mich nicht an den An dem Säten? Oh, ich hab mich nicht an Ich hab mich nicht an Und ich hab mich nicht an Was ist das? Oh Er besiege nur ein Ziel. Ja komm, probieren wir noch mal. Oh Ruhm, Agna. In jener Zeit waren unsere Siege auf dem Schlachtfeld mannigfaltig. Mordor stand uns offen. Oh 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 Schön Unser Ruhm in der Schlacht ließ mich glauben, dass wir unsterblich seien. Doch er blendete mich vor der wahren Gefahr. Saurons Ränkelspiel im Schatten. Jetzt werde ich das Licht führen und die Schatten aus Mordor bannen. Mhm 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 Ja gut So Was ist das denn? Bodentot. Oh cool Deine Schatten auf kritische Treffer steigt, wenn die Gesundheit abnimmt. Ja, ja, ist cool. Aber ich glaub, für kurz die Dauer von Bodenherrchen in Richtung, die du mit... ...ja... Das ist ja auch so. ...ja. Was ist denn hier unten? Aufzehrung... Kann ich gar nicht... ...aber das könnte ich... ...seelenzittern... ...ja... ...ja... hauptvogel halte als zeuge drückt um machen wir das machen wir das inventar wird gibt hier stufe 9 aber der macht guck mal hier verbessern kriegsbereit trophäe halten friere ein hauptmann ein setzte ein feind in flammen ok ok taucht hier wieder einer auf ist das ist er denn ich die pest kann man eigentlich auch schnell reisen also hierhin schnell reise muss ich nie mal durch die ganze ganze stadt da warten gut so da vorne ist noch hier dann zum teil ja 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 Echt jetzt? Vater sagt immer, ein echtes Kriegsbanner hat zwei Aufgaben Zu lenken und zu inspirieren Im Chaos der Schlacht kann man sich nicht verirren, wenn man seine Flagge im Blick behält Nun haben die Orks unsere Banner niedergerissen Doch Gondors Flagge inspiriert mich auch noch vor meinem geistigen Auge Solange ein Gondoraner lebt, wird der weiße Baum aufrecht stehen Der weiße Baum Okay Blutrache Tja, würde ich gerne, ne? Junge, würde ich echt gerne Was ist das hier? Er unterzieht sich Ich will den töten, ja Endgültig Die Flagge unseres Volkes Lang möge sie wehen Sorge dich mehr um die Türme, auf denen sie weht Du solltest die Frischlinge bei den Übungen nicht zu hart sehen Oh, der Geruch hat es arg, er ist in der Nähe Ein Festmahl findet statt Die Luft stinkt nach Gurg Pistetta? 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 Wer bist du denn? Ehrlich? Lass dir was Neues einfallen! Pisser! Los, töte mich! Du stirbst dennoch, Tark. Die Frage ist nur, ob durch einen Uruk oder einen Nazgul. Wir werden sehen. Ey! Erz... Trophäe, Erzfeind, ne? Wieso? Ich hab doch genau in dem Moment geschossen. Dieser Pisser. Der haut immer ab! Ich werde dich finden! Abschau! Haltet die Augen auf! Der Borsche ist clever! Leidwachter! Ich höre es sicher! Nein! Ja, ne! Lass mal! Habt nix! Schade! Der Borsche... Ja! Der Borsche ist großartig! Schöpfe, Schöpfe! Oh Ist da wieder einer mit hinten? Geht's auf! Geht's auf! Geht's auf! Was du kann? Leben ist Krieg, Krieg ist Leben. Das hätte sein, Slashen! Toll! cmd Ich hole mir dann eine rein! Er hört sich aufzuhalten, du gehst aufzuhalten! Ja! Lass uns die schnauze! Ja! 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 Ich habe dich! Ey! My god. Oh dear. Oh no! Hey! Where is it? Time. Hi there. I like to go. Hey! Oh, come on! Tuzak! Das war's für heute. 1 Junge Okay Ab mit dem Kopf Das ist auch der Wind Ey Die falschen hingerichtet Willkommen wir wieder her Ja, ne, 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 reicht. Guck mal, ich hab gerade alle, alle platt gemacht. Da liegt immer noch Stuff von mir rum. Ich habe da drüben etwas gehört. Wir haben es bald in die Ecke getrieben. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast schon wieder geschossen auf mich? Das ist so eine Neverending Story hier, ich schwöre euch das. Die waren alle platt. Die waren alle platt. Die waren alle platt. Die waren alle platt. Was verfolge ich da jetzt eigentlich? Was ist das denn hier? Na, ist egal, ne? Was ist denn mit ihm hier, ne? Der geht mir so auf den Sack, der Typ, ne? Arschgaben. Aha. Der ist stets auf der Hut. Das ist nicht gut. Ich rieche Angst. Oder Menschenfleisch. Ich weiß. Hörte, wer geht hier? Aha. Aha. ich würde auf den tippen oder das ist der eisenschädel oh du wixxer Hör auf! Ich kann nicht immer wieder drüberspringen! Der Penis! Lass mich! Lass mir hinfrieden! Kalle! Ja, ist nicht schlimm. Ich hau jetzt erstmal ab. Du gehst mir auf den Sack! Beschuss sicher, weißt du? Und dann taucht der immer so auf! Der Pisser, der! Den wollen wir mal ab, ne? Was ist der denn? Der ist der Freak! Du kannst dich nicht vor mir verstecken! Der hat einen Narren an mir gefressen! Du Horn! Du Horn! Hau da jetzt ab, Junge! Ja! Ey, du kannst ihn nicht! Dein Tod hat mir für kurze Zeit die Kopfschmerzen vertrieben! Aha! Jetzt bist du zurück! Und ich töte dich zu gern, um den Schmerz ein wenig zu lindern! Okay! Du Horn! Ja, ja, aber... Furcht vor Gift! Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe! Können wir dich jetzt endlich mal abhaken, Junge! Schwester! Ja, du kannst mich nicht mehr aus dem Weg jetzt. Scheiße! Moran... Ja... Ja, mach! Das ist dasoda. Das ist dasoda. ich stelle mich nicht ich mache jetzt folgen ende ich bedanke mich fürs zusehen ihr habt es gesehen er verfolgt mich er verfolgt er verfolgt mich ja weil sie auch du kannst ihn einfach nicht ich will ihn terrorisieren du kannst endlich ich habe dich unterschätzt dieses mal so an dieser stelle noch mal herzlichen dank fürs zu sehen ich hoffe es hat euch gefallen wenigstens habe ich ihn flucht geschehen das ist ein wichser ich schwöre euch das der ist der typ bye